Grüß euch zum neuen Video. Heute geht es um eine Elektro-Kettensäge. Diese kommt von Parkside aka Lidl. Hat 1600 Watt. Und wenn euch das Thema interessiert, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Hier vom Parkside gibt es ja jedes Jahr neue Kettensägen. Es gibt Akku-Kettensägen. Wir hatten dieses Jahr eine 40 Volt Kettensäge. Wir hatten eine Benzinkettensäge. Habe ich auch Videos so gemacht. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung, dass ihr dann das Ganze mal vergleichen könnt. Das hier ist so ziemlich das kleinste Modell, was es von Parkside derzeit gibt. Für die meisten Leute sicherlich auch ausreichend. Na gut, es gab noch eine Mini-Kettensäge. Kann ich euch unten auch nochmal verlinken, wer das noch nicht gesehen hat. Für den ist das vielleicht auch noch interessant. Diese Kettensäge arbeitet mit einem normalen Kabel dran, wie ihr das hier hinten dran schon seht. Hat 1600 Watt an Leistungsaufnahme. Nennt sich übrigens PKS 1600 A1. Das heißt, es ist auch die erste Version davon. Hat natürlich drei Jahre Garantie, wie wir das von Parkside so gewöhnt sind. Auf die Schnittlänge kommt es natürlich auch immer mal an. 34 cm hat das Schwert an Schnittlänge. Wir haben eine Kettengeschwindigkeit von maximal 14,5 m pro Sekunde. Das ist jetzt nicht überwältigend, sage ich ganz ehrlich. Aber wenn die Kette scharf ist, dann funktioniert das mit den Schnitten. Wir werden das gleich mal ausprobieren. An mehreren Baumstämmen werde ich das mal probieren, wie sich das Ganze dann darstellt. Zum Vergleich, Benzinkettensägen, die liegen so bei 25 m pro Sekunde. Also fast das Doppelte. Und es gibt natürlich auch noch Kettensägen, die liegen noch weit drunter. Zum Beispiel diese Mini-Kettensägen, diese Einhandsägen. Wenn ihr das schon gesehen habt, die liegen dann so bei 6 m pro Sekunde, 5 m pro Sekunde. Die sind also noch wesentlich langsamer. Und auch da funktioniert das in der Regel mit den Schnitten ganz gut. Vom Gewicht her kann man sagen, 4,3 kg ist jetzt kein besonderes Leichtgewicht. Aber ein bisschen was müsst ihr natürlich auch in der Hand haben. Irgendwo muss der Motor ja auch hin. Was hier toll ist, bei dem Preis vor allen Dingen von ungefähr 45 Euro. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch den tagesaktuellen Preis dann abrufen. Müsst vielleicht noch Versandkosten draufrechnen. Manchmal gibt es auch Versandkosten-Freigutscheine. Müsst ihr mal schauen, was hier in dieser Preisklasse vor allen Dingen besonders ist. Dass wir hier einen Metallkrallenanschlag haben. Das ist bei vielen Konkurrenten dann aus Plastik. Und wir haben auch einen Ketten-Sofortstopp verbaut. Das stoppt die Kette dann, wenn ihr irgendetwas loslasst oder wenn die Kettenbremse hier auslöst, unter 0,1 Sekunden. Das probieren wir gleich aus. Ich packe es erstmal aus und dann gucken wir uns die Säge nochmal etwas genauer an. Ja, so sieht das Set dann ausgepackt aus. Wir haben hier eine Kette, die ist hier einzeln nochmal verpackt. Könnt ihr gleich mal drauf gucken. So ist die Einteilung dazu. Kann man das lesen? 3,8.050x52 Treibglieder steht da drauf. Dann könnt ihr auch mal nach einer neuen Kette sonst googeln. Ich verlinke euch unten ansonsten eine Ersatzkette auch in der Videobeschreibung. Was ihr vielleicht machen solltet, ist vorher hier mal diese Bedienungsanleitung durchlesen. Das funktioniert, indem ihr hier einfach diesen QR-Code jetzt kurz scannt oder einfach Lidl-Service.com eingebt und dann kommt ihr auf diese Bedienungsanleitung. Die Säge wird von Grizzly Tools produziert. Wir haben den Kettenschutz. Der ist hier aus Leichtplastik, möchte ich fast sagen. Und wir haben hier die Sägeschiene als solche. Die kommt jetzt von einem Hersteller, der nicht weiter benannt ist. Da ist einfach Parkside drauf gedruckt. Früher waren die mal von Oregon. Da waren die Sägen dann vielleicht mal 1 Euro teurer oder sowas. Warum man das geändert hat, weiß ich jetzt nicht. Wird sicherlich auch Kostengründe haben. Aber ich möchte die jetzt natürlich nicht schlechtreden. Die wird vielleicht auch irgendwie OEM produziert oder wie auch immer. Dann das Gerät selbst. Wir haben an der Oberseite den Einfüllstutzen für Öl. Öl verlinke ich euch auch. Unten braucht ihr auch entweder mineralisches Öl oder Bio-Kettensägenöl. Ich empfehle Bio-Kettensägenöl, gerade wenn man draußen mit den Geräten dann hantiert. Vielleicht auf dem Rasen oder sowas. Da ist natürlich Bio-Kettenöl dann wesentlich umweltfreundlicher als Mineralöl. Und was toll ist, dass das hier oben eingefüllt wird und nicht an der Seite. Das hatte ich schon mal bei einer anderen Säge erläutert. Dann läuft das natürlich nicht aus. Denn irgendwann werden diese Dichtungen dann mal undicht. Wenn das Teil dann im Regal irgendwie steht. Ein bisschen Öl ist immer noch drin. Ihr solltet die Betriebsstoffe immer ablassen. Wenn ihr die Sägen einlagert über den Winter zum Beispiel. Einfach die Betriebsstoffe wieder zurückfüllen. Und dann bei der nächsten Benutzung wieder auffüllen. Das schont das Ganze natürlich ein bisschen. Ein bisschen ist immer noch drin. Und wenn das Teil hier an der Seite wäre. Dann könnte es sein, wenn die Dichtung undicht wird. Dass ihr euer Regal zum Beispiel versaut. Und ich finde das auf jeden Fall eine tolle Lösung, dass das oben mit drauf ist. Anschlag haben wir hier schon besprochen. Der ist aus Metall. Dann haben wir hier einen Autostopp. Den solltet ihr auf gar keinen Fall irgendwie überbrücken oder sonst irgendwie. Denn wenn die Säge mal so ein Kickback bekommt. Dann ist das hier eure letzte Bastion. Ansonsten geht die Säge irgendwie in den Arm oder ins Bein oder sonst irgendetwas. Also wenn ihr nach oben weghaut. Dann haut ihr hier mit dem Handgelenk gegen. Und dann löst der Kettenstopp sofort aus. Und ihr habt gehört unter 0,1 Sekunden stoppt die Säge dann. Die Säge ist recht laut. Zumindest was hier drauf steht. Das ist ein bisschen eine subjektive Wahrnehmung sicherlich. Also ich finde diese Sägen grundsätzlich nicht so laut. Ihr solltet allerdings immer noch Schutzausrüstung tragen. Gehörschutz gehört einfach dazu. Der ist in der Regel an jedem Forsthelm dran. Ich kann euch auch nochmal ein Video zu einem Forsthelm verlinken. Habe ich auch schon mal gemacht. Und auf jeden Fall Kettensägenhandschuhe. Jetzt hat mir mal einer geschrieben. Was willst du mit Kettensägenhandschuhen? Denkst du, du siehst dir da irgendwie mit in die Finger? Nein, das denke ich nicht. Aber es kann ja mal sein, dass die Kette, stellt euch das mal vor, die ist jetzt hier schon drauf. Dass die verschmutzt ist und ihr müsst die irgendwie reinigen oder ein bisschen weiterziehen. Oder die ist vielleicht irgendwie zu locker und ihr wollt die nachspannen oder sowas. Dann fasst man natürlich vorhin an die Kette gegen. Und dann kann es natürlich da auch zu Verletzungen kommen. Selbst wenn die Säge nicht läuft. Weil die Kette ist in der Regel sehr, sehr scharf. Und da solltet ihr auf jeden Fall dann für Handschuhe tragen. Ich baue die mal zusammen. Ja, so sieht die Säge dann fertig montiert aus. Das ist natürlich ein leichtes einfach hier aufschrauben. Das Ganze dann draufstecken. Vorne den Kettenspanner noch ein bisschen lösen. Dann einfädeln. Und dann die Kette dann spannen. Die sollte nicht mehr so als 2-3 Millimeter durchhängen. Aber das wisst ihr, das steht auch alles in der Bedienungsanleitung drin. Was bei der Säge noch ganz toll ist. Ihr könnt die auch an die Wand hängen. Wir haben hier unten noch so einen kleinen Aufhängeschlitz dafür dran. Wir haben eine Kabelzugentlastung mit dran. Und was auch durchdacht ist, ist auf jeden Fall, dass das hier an so einem kleinen Kabelbinder mit dran hängt. Der ist innen drin dann nochmal so ein bisschen verkeilt. Sodass euch diese Decke hier nicht runterfallen kann. Wenn ihr dann draußen seid und damit hantiert, dann ist das natürlich ärgerlich, wenn der dann wegfällt. Öl ist leider diesmal nicht mit dabei. Das hat man sich also gespart. Vielleicht hat das auch irgendwelche versandtechnischen Dinge. Was mit dabei ist, ist auf jeden Fall so ein kleines Werkzeug, womit ihr hier vorne die Schraube lösen könnt. Und hier vorne, das soll so einen kleinen Schraubendreher darstellen. Damit könnt ihr die Kettenspannung dann nochmal regulieren. Füllen wir mal ein bisschen Öl ein. Ihr solltet die Säge dann, wenn ihr sie laufen lassen habt. Na, das war schon noch ein bisschen zu wenig. Machen wir noch ein bisschen mehr rein. Wenn ihr die Säge das erste Mal in Betrieb nimmt, solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr die Kette erstmal so ein bisschen laufen lasst. Und am besten an so einem kleinen Stückchen Holz ausprobieren, ob dann eine Ölspur sich zieht. Wenn sich eine Ölspur zieht, dann ist das Ölsystem aktiviert. Und ihr könnt loslegen mit dem Schneiden. Zwischendurch immer mal gucken, ob das auch noch funktioniert. Und nach den ersten Schnitten, ich sag mal nach den ersten vier, fünf Schnitten, solltet ihr auf jeden Fall die Kettenspannung nochmal kontrollieren. Denn eine neue Kette, die lenkt sich in aller Regel. Jetzt gehen wir mal raus und probieren es aus. Und dann streuen wir mal raus. Fangen wir mal raus an. Spannungsgeladene Die Schrauben der Schrauben Untertitelung des ZDF, 2020 So, ihr habt jetzt das Gerät im Einsatz gesehen. Das ist also völlig ausreichend, wenn ihr normal Brennholz machen wollt. Ihr habt gesehen, ich habe da Obstraum mit geschnitten. Ich habe Fichte oder Kieferwasser, was das war, geschnitten. Eiche im Lenkschnitt sogar geschnitten und ein Stück rausgetrennt. Also da braucht ihr keine Angst haben, dass euch das hier zu wenig Kraft ist. Wer natürlich ein bisschen mehr haben will, wer auf Nummer sicher gehen will, der kauft sich etwas mit 2 kW oder 2,3 kW. Aber wie gesagt, in der Regel sollte das hinreichen. Schön ist, dass wir hier ausreichend lange Schnitte mitmachen können. 34 cm ist das Schwert lang und die Säge ist auch recht gut im Handling. Das habt ihr sicherlich gesehen und insofern gerade in Bezug zum Preis ist das sicherlich ein Schnäppchen. Jetzt schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dieser Kettensäge hier denkt. Vielleicht hat der eine oder andere die ja auch schon zu Hause und kann davon berichten, ob das für seine Zwecke hinreicht. Wenn ihr natürlich irgendwie im Wald was machen wollt und keinen Strom so zur Verfügung habt, außer ihr nehmt einen Generator mit, dann braucht ihr natürlich entweder eine Akkusäge. Die reichen in der Regel kaum hin, um da wirklich lange mit zu arbeiten. Außer ihr nehmt genügend Akkus mit in den Wald und ansonsten bleibt euch keine Alternative und ihr müsst zur Benziner greifen. Aber die sind natürlich etwas wartungsintensiver. Ja, wenn euch das Video Spaß gemacht hat, wenn es euch unterhalten hat, wenn es bei Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Oder abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit zuschaltet und sage bis dahin. Bis zum nächsten Mal.